Digga, was ist ein Skrot? Was ist ein Skrot? Let's go! Let's go, Jungs! Kranker Skrot, Jungs! Wie gefallen? Was ist los? Aber... Das find ich jetzt irgendwie... Um was? Ja, um unsere Accounts! Wenn ich verliere, kriegst du meinen, wenn du verlierst, krieg ich deinen. Du wolltest es so? Okay, ich hab dir die Chance gegeben. Jajajaja, du wolltest es? Ja komm, ich trappe dich jetzt, komm! Uhuuu, let's go, Bruder! Spray doch nicht so! Ey, hast du gesehen? Hast du gesehen, wie es geleckt hat, Digga? Ey Digga! Leute, ganz kurz bevor das Video losgeht, möchte ich mich bei euch in einer gewissen Art bedanken. Und zwar möchte ich mich auf jeden Fall an jeden einzelnen bedanken, der meinen Kanal supportet und ich möchte euch einfach den Aktivsten unter euch was zurückgeben und da hab ich mir was mega krasses überlegt. Und zwar habe ich mir einfach einen Zweitkanal, bzw. meinen alten Zweitkanal genommen und hab mir überlegt, für die Leute, die das jetzt sehen, was mega krasses rauszuhauen, da das wahrscheinlich die Leute sind, die mich am meisten supporten. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich die Tage einfach mal live auf meinen Zweitkanal gehen werde, bzw. auch öfters generell auf den Kanal live gehen werde und einfach einen spontanen Stream machen werde, unangekündigt, wo ich einfach Guthaben-Karten bzw. V-Bugs-Codes einblenden werde, live für euch kaufen werde und sie an euch als kleines Dankeschön dafür, dass ihr so krass zu mir seid, zurückgeben werde. Das bedeutet, wenn ihr einfach Bock habt, diesen Kanal zu abonnieren, den Link habe ich euch als zweites in die Videobeschreibung gepackt, direkt unter Tante Shanti, könnt ihr direkt einfach hier auf Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze macht, verpasst ihr diese Live-Streams nicht, wo ich das als kleines Dankeschön für euch raushaue und ihr seid die besten Freunde. Jetzt geht es wie gesagt weiter mit dem Video und falls ihr diesen Kanal, wo ihr das Video grad seht, noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne auch machen, müsst ihr nicht. Wäre auf jeden Fall unnormal korrekt und let's go! Wer schafft es, dieses Video innerhalb der nächsten 5 Sekunden mit dem Zeigefinger zu liken und einer von 3 glücklichen Personen zu sein, die ich adden werde, mit ihnen zocken werde und ein Item seiner Wahl aus dem Shop kaufen werde, egal für 300 V-Bucks oder zum Beispiel wie dieser mega coole Tomatenkopf-Skin für 1500 V-Bucks. Wie gesagt, wenn du diese Challenge schaffst, mega krass. Und zwar hast du ab jetzt noch 3 Sekunden Zeit, mit dem Zeigefinger, dieses Video zu liken. Du hast genau jetzt noch 3, 2, 1. Hast du es geschafft, dieses Video zu liken, dann schreibe einfach jetzt ganz einfach deinen Epic-Namen, PSN-Namen oder Insta-Namen in die Kommentare und mit etwas Glück bist du einer der 3 glücklichen Personen, die ich adden werde und dann kannst du ganz easy und entspannt dir ein Item aussuchen und wir können gerne noch ein paar Runden zocken. Zu dem Video muss ich auf jeden Fall sagen, beziehungsweise zu dem muss ich sagen, dass ich in diesem Video wieder mal 3 Zahlen versteckt hab, Freunde. Wer mit dir 3 Zahlen auf den eingeblendeten Insta-Account schreibt, hat auf jeden Fall die Chance diesen Account für mehrere Stunden zu zocken, Freunde. Deswegen schaut euch das Video komplett an, achtet auf die Zahlen, ich sag einfach nur, es lohnt sich. Der Season, er hat nicht nur diesen Spitzhacken hier und diesen Skin, sorry für den kleinen Versprecher-Verbrecher, Leute, sondern er hat auch den Season 2-Bettenpass und einige andere mega krasse Sachen, Freunde. Ich kann euch einfach nur sagen, versucht die Zahlen zu finden, es wird sich lohnen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, ganz kurz bevor das Video beginnt, haben wir also Tante Shanti und Avis was mega krasses für euch überlegt, Freunde. Und zwar werden wir 6 mal 1.000 V-Bucks für euch verlosen und der Gewinner kann auch ein paar Gründen Squad von uns spielen. Genau Leute, und wenn ihr einer der 6 Personen sein wollt, dann müsst ihr einfach nur auf Ehrenmann-Basis unsere beiden Kanäle abonnieren. Da sind einmal der Kanal Tante Shanti und Avis Freunde. Den Link findet ihr wie gesagt ganz oben in der jeweiligen Videobeschreibung, sei es bei Tante Shanti der Link von Avis, sei es bei Avis der Link von Tante Shanti. Das werdet ihr sofort sehen, Freunde. Lasst auf jeden Fall dort ein Abo da, aktiviert die Glocke, denn wir werden am 31.05. das Ganze auflösen, in Form eines Livestreams auf einem der jeweiligen Kanäle, Freunde. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist lauter Wies, Freunde. Und im heutigen Video habe ich nicht alleine, sondern mit einem Freund, der auch einen Renegade Raider hat, einfach mal Squats gesucht, Freunde. Und wir zusammen haben dort einfach mal nach zwei anderen OG Skins gesucht, beziehungsweise anderen Wertvollen Skins und sind auch fündig geworden, Freunde. Es hat zwar ziemlich ziemlich lange gedauert, was ihr gleich sehen werdet, aber diese zwei Leute, die ihr gefunden haben, waren auf jeden Fall mega krasse Fortnite Spieler und hatten zudem mega krasse OG und wertvolle Skins. Diese Leute waren allerdings nicht sehr begeistert, dass sie mit zwei anderen, noch selteneren Skins, in diesem Fall den Renegade Raider, den ihr übrigens auch zocken könnt, dazu komme ich gleich, gefunden haben, Freunde, und waren daraufhin eher so in die Richtung, wir wollen nichts mit euch zu tun haben, wir mögen euch nicht, dein Skin ist hässlich, ihr seid schlecht, wir sind die Besten. Das bedeutet, es waren auf jeden Fall sehr, sehr arrogante Leute, aber im Rundherum sind die einfach nur noch ausgerastet am Ende und es war auf jeden Fall mega lustig geworden. Wenn ihr wie gesagt Bock habt, schaut euch das Video komplett an, es ist eine Empfehlung, es ist auf jeden Fall mega lustig geworden. Zudem Leute, verlose ich übrigens noch den Renegade Raider Account jeden Tag für mehrere Stunden, das bedeutet, wenn ihr die glückliche Person sein wollt, die diesen Account für mehrere Stunden zocken kann, vielleicht sogar schon heute oder morgen, schau einfach dieses Video dir komplett an und schreibe mir die drei Zahlen, denn ich habe im Video drei Zahlen versteckt, auf den Instagram Account, den du hier siehst Leute. Schreib mir einfach die drei Zahlen dann auf den Instagram Account und mit etwas drückt, bist du die glückliche Person, der dir dann einfach die Account Daten schicke und du kannst dann für drei, vier, fünf, sechs Stunden mit diesem Account ganz easy und entspannt zocken. Zudem wäre es auf jeden Fall mega Ehre, wenn ihr bei dem Ganzen mitmachen würdet, wenn ihr dann dort einfach den Support & Creator Code YouTube-Avis in den IT-Shop eingehen würdet und das Ganze annehmen würdet. Wäre auf jeden Fall mega korrekt von euch Freunde und ich wünsche euch wie gesagt viel Glück beim Zahlen finden und dieses Video ist auf jeden Fall mega lustig gewonnen. Ich gebe euch einfach nur den Tipp, schaut zu Ende wenn ihr Bock habt und let's go! Ari? Ah was geht's? Hörst du die anderen? Hello? 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 What's up? Hello? Which language? German? German? Yes yes. Hallo? Hallo? Ja ja, ich auch. Was geht's? Nichts bei euch? Ja, alles gut. Ey, lasst mal Dings landen erstmal hier Bruder, weil ich brauch ehrlich paar Winz Jungs. Ja, okay komm. Ah Jungs, ich mein da vorne, hier vorne. Sorry Jungs. Ich mach hier grad so, da ist perfekt. Und wie geht's euch so? Musst'n ja, bestens. Heute die dritten oder vierten Deutsch, die wir in Swords gefunden haben, wir zocken zusammen als ich und der Yoga-Girl zu sein. Yeah Boys. Ja, wir finden immer nur so richtig Vollnoobs eigentlich. Ja. Wir finden immer Dings eigentlich. Entweder finden wir meistens russische Mitbürger, die übelst lustig sind. Oder halt Deutsche, ja. Das ist halt immer so. Kommt zu uns Jungs, ich hab markiert. Ja, seid ihr gut so? Wir sagen, so eingespielt ist du auf jeden Fall. Ja, wir sind glaub ich Top-Duo, ich und Abis. Also. Also Jungs, ich hab nur Jagd, ja? Oh, unsere erste Runde heute und so. Boah, ich hab schon mal gesehen, du hast einen krassen Skin, Bruder. Weil ich mich da nicht versehen hab, war das ein OG-Skill, ne? Krass, krass. Account geholt bei irgendeiner Seite, oder hast du selber spiel? Selber spiel, spiel schon seit Anfang. Aber wir spielen auch schon sehr, sehr lange. Damals noch auf PS4, jetzt auf PC. Was hat, äh, Ding, aber wir, hier stehen, der Typ hat auch einen Klassen-Skill hier. Ja, wer denn? Komm, komm mal her, komm mal. Oh mein Gott, okay, Bruder. Hey Jungs, Digga, was haben wir hier für krankes Sport? Digga, was ein Sport? Was ein Sport? Let's go! Let's go, Jungs. Krankes Sport, Jungs. Gefallen? Was ist los? Das find ich jetzt irgendwie, ne, komm. Was denn, ey? Ey, Bruder, ist das krankeste Sport, was du jemals gefunden hast? Ja, aber ich find so, eure Skins, die sind irgendwie so, so, nix besonderes. Hä, was krass du? Hä, Bruder, das selber rülfeln! Nein, die sind, die sind nicht mehr, ich seh die immer! Bist du immer, Bruder? Ja, du bist ein, du bist ein Skull Trooper, Bruder, ich seh dich jeden Tag. Wenn ich auf die Straße gehe. Iconic seh ich jedes Mal ein Saturn. Saturn so aushängeschen, seh ich immer ein Iconic-Skin so. Er hat, er hat saved dieses Ding. Lass mal tiltet, lass mal tiltet. Äh, da in Mediamarkt eingegeben oder so. Jungs, du sagst euch ehrlich, ja, ihr habt okay Skins so, ja. Aber, äh, ihr spricht grad hier mit Rufy. Oh, eure Skins, ich weiß nicht, Alter, ich weiß nicht. Wie jetzt? Eure Skins haben wir heute schon oft gesehen. Wie jetzt oft gesehen, Digga? Ne Runde. Was für Runde, hä? Was laberst du da? Hehe, das kann gar nicht sein. Jungs, Jungs, was gibt's da nicht zu verstehen? Sie sind aber Kacke! Einfach Kacke! Dübel, Digga! So ein Ding ist das. Ja, ja. Trotzdem sind wir krank, Digga, im Fortnite. Ja, ja, ja. Okay, okay. Könnt ihr gleich auch No-Skin spielen? Was macht das für nen Unterschied? Hä, was laberst du, Digga? Der Skin ist der beste Skin, den es gibt. No joke jetzt. Ähm, du bist ein No-Skin mit einem Anzug, wollte ich dir nur sagen. Du bist einfach ein Ben-Skin. Unter dem Skin ist ein Ben. Merkst du was? Ja, und der geht mehr ab als euer. Was für mehr abgehen, Digga? Was laberst du? Oh mein Gott, Digga. Digga, ihr seid so trash, man. Ich muss wirklich gekleppt werden, Bruder. Bin ich dir ehrlich. Komm, mal gucken. Junge, ich hab... Das Ding ist, ich hab 5k-Wins. So'n Ding ist das, ja. Was für 5k-Wins, Digga? Ziehen wir 2-0 ab, Bruder. Ziehen wir 2-0 ab, Bruder. Ey, bei mir Gegner? Bei mir Gegner hier oben? Ja, komm, wir kleppen die jetzt. Komm, ich helfe dich, ich helfe dich. Bei mir hier oben Gegner? Warte, komm, lass mich kleppen. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ganz entspannt, Junge. Ich mach das Solo, kein Problem. Wieso? Nein, nein, lass mich das machen, Bruder. Du bist, äh, Ding, Skyskin. Ach. Naja. Hey, wo sind hier die Gegner? Ganz kurz, äh, was gemacht? Da oben war irgendwo, äh, Main-Gebäude war auf jeden Fall einer. Ich hab ein bisschen Dynamite, ich hab nur ein Jagdgewehr. Und ein Main. Und ein Main, alles klar. Ich bin ehrlich zu euch, Jungs, ja? Ich dachte, wir sind jetzt die krasseste Dings und so. So ein richtiges Fly-Art Squad, kennt ihr das so? Hey, hier sind welche? Ich bin euch ehrlich, bei mir Fisch-Skinn, bei mir Fisch-Skinn. Ja, ich hab ein, äh, Ding. Du weißt doch, Bruder. Wir sind eigentlich, wie bist du gekommen? Hey, bei mir ganz kurz. Ich hab nur Jagdgewehr, Jungs. Einer mit, einer mit Boogie-Bombe? Vielleicht. Ey. Ich kann nichts machen, Jungs. Ich kann nichts machen. Ich hab keine Waffe. Ja, das ist die Ausrede, Digga. Komm, laber nicht, Alter. Hey, Digga, ihr seid so schlecht. Was für Kon-Kreativ, Mann. Ich hab ne Pump, ich hab ne Pump. Wir sehen jetzt, wir sehen jetzt. Ja, ja, werde ich jetzt sterben. Ey, Kacke seid. Also, ich mach das eben, ich mach das eben. Gar kein Problem. Ja, guck, ich schläge, Alter. Ich kann dich gar nicht ernten, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, selber tot, Digga. Ja, ja. Ihr seid so scheiße in dem Spiel, Mann. Wieso könnt ihr nicht einfach immer... Ja, wir können das ja wirklich ihr Jungs, Jungs, Jungs. Ihr könnt nicht mal einen holen. Was, was ist, Digga? Ja, wir können das einfach, äh, in Dings-Creativ, so, würde ich sagen, oder? Könnt ihr einfach mal einladen. Ja, Digga. Ihr wollt geplappt werden, Digga. Ihr wollt so geplappt werden, ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. Digga. Ist euer Ernst jetzt? Ihr wollt jetzt wirklich... Ja, ja, komm, lad ein. Ist Zeitverschwendung, sag ich euch jetzt schon. Ari, wollen wir machen? Ja, dann lad schon mal. Ja, lass machen, lass machen. Scheiß drauf, Digga. Ich lad euch ein. Blablabla, Jungs. Ohnötig, Digga. Ohnötig. Wir hätten so'n easy win holen können, sag ich euch ehrlich, Jungs, sag ich euch ehrlich. So. Jungs, seid ihr euch sicher? Sehr sicher sogar. Wollt ihr direkt 2i2? Dann geht rüber. Ja, ja, komm, direkt. Ja, komm. Ich sag euch ehrlich, warte, warte, ich sag euch ganz ehrlich, ihr werdet verlieren. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Ja, komm, Digga, komm. Ja, komm, Digga, komm. Oh, da ist einer weak? Bei mir ist auf jeden Fall eine weak. Das war Glück, das war so Glück, ne? Ich schaff alles. Hab einen. Hast du den anderen auch? Ich hab einen, hast du einen? Warte, 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 warte. Nein, ich bin fast los, Junge. Nein, du schaffst das, Ari, du schaffst das. Ey, machst du alle Renegade Raiders? Ah, easy, Alter. Bist du down? Das ist viel zu einfach. Bist du down? Ey, Bruder, ich bin auch low. Ey, du bist doch raus, du bist doch schon raus, Iconic. Ey, geh mal wieder runter, Mann. Nur noch der OG Skull lebt. Ja, komm. Wo ist der OG Skull? Ich komm hoch. Ich bin oben. Ich warte auf dich. Ja, ja. Ja, komm. Alle Toten halten sich raus, Digga. Ganz einfache Regeln. Ich bin oben. Ich bin über dir. Oh, shit, Digga. Hab dich, Digga. Nein, Digga. Was war das denn jetzt? Ich beruhige dich mal ein bisschen, Digga. Holy shit. Ja, nein, Digga. Ey, das ist so normal. Ey, ihr seid... Ich bin ehrlich. Ich hab recht, Digga. Ihr seid schlecht. Warte, ich... Gib mir mal jemanden Pumpheadshot oder so. Kehl mich mal. Kehl mich mal. Kehl mich mal. Lass dir gerückt, Digga. Du willst die 2 gegen 1 klappen? Ja, komm. Oder nehm mir die Erichs. Ja, komm. 2 gegen 1 klappen. Ey, gib mir mal einen Schuss, gib mir mal einen Schuss. Gib mir mal einen Schuss. Gib mir mal einen Schuss. Ich moderiere das Ich moderiere das Geh mal rüber Ich sag euch ganz ehrlich Wenn ihr jetzt verliert Ganz ehrlich Was passiert dann Wollt ihr dann weiterhin noch Fortnite spielen Ich mein 2 gegen 1 Ich würde aufhören Ich bin ganz ehrlich Ich würde aufhören Digga Komm 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 Ari du packst das Oh shit Digga Es lag schon wieder Du machst das nicht schlecht Bruder Ey zeig dass du besser bist als die Bruder Ehrlich zeig dass du besser bist Egal es lag ein bisschen Was für lag'n Digga ganz ehrlich Ari lag bei dir Ich spüre auf alles es lag' Okay 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 Gut du schaffst das trotzdem Das ist dein Ding Das ist dein Ding Du packst das Ich hab High Ground Ich hab High Ground Die sind Bots Digga 2-1 Digga Ihr werdet so verkacken Ja ich leg doch nur Digga Ihr seid Stark Digga Du kannst gewinnen Digga Du kannst gewinnen Der OG Sky ist schon mal down Oder wenn du das gewinnst Digga Das Ding ist Bruder bitte Ey hör auf hör auf Was machst du da Hey nein Junge Nee Du bist schon raus Digga Du bist jetzt auch zu Nein Digga Ja 1 HP sagt der Oh mein Gott Digga es spielt so unfair So willst du auch noch 2v1 oder was? Bruder ich bin ehrlich zu dir Es können auch noch Dings kommen Wenn deine Leute so auszuspinken Können 5 gegen 1 kommen Ich klapp euch Ah ja ja komm Digga Ja Warte mal ganz Moment mal da Du wirst mich nicht mal anfassen können Ja Du hast das gewinnst Ich glaub du hast falsch ausgerückt Bruder du musst sagen Ich hab das Gefühl Ich hake dich jetzt Ja Du musst das so sagen Dass ich durchhacke Ja ja komm Ja reden kann jeder Komm let's go Bist du ready oder was? Digga ich werde euch so aufzummen Ich hab mir extra Chaps Ich hab alles Seid ihr sicher Jungs Was passiert wenn ich gewinne Sagt jetzt Sagt jetzt Was passiert wenn ich gewinne Okay Weißt du was Weißt du was Wenn du jetzt gewinnst Kriegst du unsere Accounts Und wir gewinnen deinen Oder eure Eure Bruder Easy Digga Ja genau Ari Sollen wir eingehen Bruder Ich gewinn das eh Du kennst mich Ah ja ja Easy Wollen sagt der Mach Danach Dings Warte Danach hab ich noch etwas cooles Warte Einfach warten Ey Digga Easy Clap Der eine hatte vorhin Hat irgendwie 2 HP Oder so Deswegen hat er mich geholt Ja Bruder Ich weiß schon Digga Diese Digga Diese Fortnite Creative Bugs Jedes Mal Ich kann nicht Ich baue Was der Creative Bugs Bruder Ja was soll ich machen Ey Hast du es gesehen Digga Junge Jetzt hast du mich runtergeschossen Was soll das Nein Nein Hab einen Ja Er hat mich runtergeschossen Digga Ja und mit runterschießen kann ich auch Ehrlich Weißt du was Warte 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 Bist du ganz unten Oder bist du viel weiter unten Nein ich bin jetzt wieder oben Ich gebe dir an Warte Warte Komm runter Warte Komm runter Lass 1 gegen 1 unten ganz normal machen Wenn du Bock hast Okay komm Warte Warte Okay wir machen es jetzt so Ich gebe dir die Chance Ja Wenn ich jetzt gewinne Wenn ich jetzt gewinne Kriege ich nicht beide Accounts Sondern nur deinen Okay Und wenn du jetzt gewinnst Kriegst du nur meinen Accounts Und nicht den von meinen Kollegen Ja Von meinen Renegade Raider Kollegen Okay Okay komm Also nichts einfach als das Jetzt ehrlich Bruder Weißt du Ja Setz doch mal zusammen Was machen wir jetzt Ja komm 1 gegen 1 Um was Ja um unsere Accounts Okay Wenn ich verliere kriegst du meinen Wenn du verlierst kriege ich deinen Du wolltest es so Okay Ich habe dir Chance gegeben Ja komm ich trappe dich jetzt Komm Easy Digga Gar kein Gegner Ich bin dir ehrlich Falscher Film Bruder Boah Er denkt auch so Kino Ari Ich sage dir ehrlich Siehst du diese 90's Siehst du diese 90's Ja die sind schon ganz gut Ich will ehrlich Ich höre dich nicht mehr Du musst lauter sprechen Du bist so weit unten Bruder Ich höre dich nicht mehr Ja warte ab Warte ab Digga Bruder der einzig wahre Skin ist Und bleibt der Run again Schau was ist das denn hier Alter Das ist der Renegade Bruder Nein nicht das Digga Ohu Let's go Bruder Spray doch nicht so Hast du gesehen Hast du gesehen wie es geleckt hat Digga Ey Digga Was Bruder was Beruhig dich doch mal Digga Nein Digga wie sollst du dich da beruhigen Komm wir machen eins Digga du kannst schon leise sein Du bist schon eh raus Bruder Junge Alter Warte Warte Ey geh mal weg du bist eh schon raus Digga Du kannst dich da Nein Digga geh mal weg jetzt Warte geh auf Losertreppe Genau perfekt Ja Digga let's go let's go Komm mal hier rein Bruder bist du sicher dass du deine Account auch noch verlieren willst Ich mein iconic und so Merchig ganz kurz entspannt Sag ich dir ehrlich Bist du sicher Ja hoffentlich lag es bei dir nicht so Digga Lauf Haha Da hab ich dich Bruder Da hab ich dich Bruder Du musst Nineties bauen ne Also Treppe Soll ich dir ein Tutorial Loch machen Für Nineties oder wie sieht's aus Komm hier runter Fällt bei der Scheiße So Bro Mach mal einmal so Mach mal einmal so Mach einmal den hier Dann ist der Wenn du Eier haust komm doch runter Wenn du Eier haust komm runter Du willst KP Gags werden Meinst du dass ich in Nahkampf komme Komm hoch Bruder Sag ich dir ehrlich Mach kein langes Ding raus Ja komm doch runter Wenn du Eier haust Ich hab den Highground erkämpft Digga Hä Das machen nur Pussys So wie du spielst Digga Einfach nur die ganze Zeit oben bleiben Und upsprayen oder was Ja Oh ich bin fast tot 8 HP oh mein Gott Wie viel hast du 50 Niemals hast du 50 Den holst du Hier ist ich pickaxeln Ich muss dich einfach pickaxeln Jetzt Es ist soweit Es ist soweit Nein Du wirst mich nicht spitzacken Nein 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 Ihr habt dich Digga Habt dich Bruder Jetzt reden wir Nein Digga Nein 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 Ey Ihr lieft jetzt nicht die Lobby Digga Ihr gebt jetzt Account Es hat einfach bei mir geleckt Es hat nicht gemerkt Es gibt doch jetzt Account Digga Ihr habt gesagt Digga Er einer hat sogar doch extra gesagt Komm ich will wir mit mir mein Account Bruder was denn jetzt Gebt doch jetzt Account Ich hab gewonnen Jungs Jetzt müsst ihr erstmal Zahltag machen Ihr müsst mir nicht viel mal geben oder so Wisst ihr Wenn ich nicht Merchern kann Kriegt ihr zurück Fertig Weil dann was soll ich damit Wisst ihr Ich sag mich ehrlich Bruder aber Bei mir Bruder Ich glaub Internet ist weg Nein Digga Bleibt jetzt hier drin Digga ich glaub dein Internet ist weg Digga Digga Bleibt doch hier drin jetzt Jungs Jungs Ja Ich glaub mein Internet ist weg Nein oder Gib da einen Account Bruder Ehrlich Diese Spiele Digga Ich glaub Ich kann euch nicht hören Nein Digga Er hat verlassen Er hat verlassen Digga Was machst du da Mein Internet Was jetzt Mein Internet ist abgeklaut Bist du jetzt bereit oder nicht Bist du jetzt bereit oder nicht Bruder Sag dir ehrlich Mein Internet Was für dein Internet Digga Nicht sein Ernst Nicht sein Ernst Digga Mein Internet Ich hör dich sogar noch Digga So Leute Noch mal ein paar abschließende Worte Zu dem ganzen Thema Und zwar haben wir ja wie gesagt Dieses Squads aufhören gespielt Freunde Da wir auch über Gelegt hatten Und so ein Video zu drehen Und wie ihr gesehen habt Hat es funktioniert Wir haben auf jeden Fall Zwei gute Skins gefunden Das waren jetzt nicht die krassesten Skins Außer natürlich der OG Skulltub Weil der war jetzt schon ziemlich krass Finde ich Ich mag den Skin auch sehr sehr gerne Wenn ihr das Ganze auch so sieht Freunde Und diesen Skin auch gerne hättet Oder habt Lasst gerne mal ein Like da Freunde Und generell Wenn ihr noch nicht geliked oder abonniert habt Macht das auf jeden Fall Wäre auf jeden Fall mega korrekt von euch Zudem muss ich auf jeden Fall sagen Freunde Dass wer bis hierhin geschaut hat Einfach mal das Wort Ende Und seinen Epic Namen In die Kommentare schreiben soll Denn ich werde auf jeden Fall Einige Leute adden Die Ende in den Kommentare geschrieben haben Und mit denen ein paar Runden Fortnite 1v1 oder Squads spielen Und eine Person werde ich mir raussuchen Die in diesem Video Also jetzt gerade Wo ihr das hört Ende und seinen Epic Namen schreibt Und mit dieser Person Werde ich ein 1 gegen 1 machen Um 10 Euro Aus meinem Neck Freunde Außerdem war das Video Natürlich zur Unterhaltung Freunde Deswegen nimmt das Ganze Nicht so ernst Ich hoffe es hat euch zum Lachen gebracht Und wenn ihr Bock drauf habt Vergisst bitte nicht Das Video zu teilen Mit euren Freunden Dann vergisst nicht Leute Karma trifft jeden zurück Und wenn ihr mir gönnt Dann gönnt irgendwann Das Leben euch doppelt zurück Das bedeutet Wenn ihr mir zum Beispiel jetzt Oder wenn ihr überhaupt Irgendein Menschen Zum Beispiel Ein armen Menschen Ein Brot gönnt Kriegt ihr das Doppelte Irgendwann im Leben zurück Leute Das ist der Sinn des Lebens Das ist der Lauf des Lebens Wer das Ganze anders sieht Muss das Ganze nicht machen Wie gesagt Das würde mich mega freuen Und ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Freunde Euer Wies Und Ciao Ciao